Fünf, drei, zwei, eins, äh, ich wurde rausgeworfen. Ich auch, ich bin um kein Team. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ein PvP-Projekt, so ähnlich wie Varu, namens Woolcraft, ist zu einem kleinen Team selbst zusammengestellt worden und in sechs Minuten geht es offiziell los mit dem Projekt und wir lassen uns einfach mal, Überraschung, was kommt? Oh, fake? Ja, ihr steht hier alles stumm und still, passiert gar nichts. Ja, du bist gerade disconnected eigentlich. Nee, ich bin noch auf dem Server. Nein, bist du nicht. Jetzt schnell, ich bin schon. Timeout. Leucht, beweg mich die ganze Zeit. Ja, ähm, bis gleich. So, vielleicht ist es wieder weg. Ja, bei euch schon, aber ich habe hier gesaved. Ich habe gesaved. Ich habe gesaved. Oh, du kleiner Hund, du. Ich bin so ein Arsch. Oh, da ist der Enderman, muss noch was. Tschüss. Äh, jetzt taucht kein Block auf. Nee, du musst dich ausbauen. Ja, hab ich doch. Aber der Block ist nicht aufgetaucht. Ist doch egal, komm jetzt. Wir hätten doch in die Mitte, es gibt Gefliedensphase. Ach, egal. Einfach so viel Holz jetzt sofort sammeln. Geh einfach an irgendeinen Baum und hol Holz. Fleisch hast du ja, hast du gesagt. 21. Läuft. Da hat mir vorne einen Zug aufgenommen. Okay, wir haben einen Zeppling. Nimm einen Erdeblock mit und dann verpicken wir. 10. 5. 2. Yo, hinten ist Zuckerrohr, Olaf. Musst du ja mal brauchen. Nimm mit. Nimm mit. Brauchen wir. Da ist jemand. Wo? Da. Pass auf. Die haben... Pass auf, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach. Du Witzbold, ich bin ja auf einer freien Fläche. Ja, wo bist du denn? Ich dachte, du wärst bei mir. Beim Zuckerrohr, ich bin ein Stück weiter gerannt zum Fluss, weil da Zuckerrohr war. Wie weit bist du denn weg? Hier ist eine Öffnung. Komm zu, äh, Witzbold. Komm zu 135 und 256. Ich kann jetzt nicht hin, ich bin hier, ich kann mich hier auch einbauen, ganz schnell. Komm da hin, von eben. Ah, ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen. Gut, dann geh ich jetzt runter. Oh, fuck, das ist ein Skelett. Ich war direkt über dir. Oh, schön, geht da weg, das ist ein Skelett. Das kommt wirklich direkt. Hier einfach jetzt einbauen. Einfach an den Bau und dann Erde drüber und dann schnell untertage. Oh, okay. So. Ich hab auch Sand im Gepäck. Zuckerrohr. Aber ich keine Erde mehr hab. Ich hab noch ein, äh, ich hab 22 Erde von eben. Und erste. Und ich höre irgendwo eine Spinne. Das heißt, wenn du eine Spinne hörst, ist hier irgendwo eine Höhle. Ja, ich hab Eisen gefunden. Bau gleich mal, äh, Bau gleich mal, äh, Table für einen Stein. Werf mir mal drei Steine zu, dann kann ich das Eisen abbauen. Mach mir auch gleich eins. Und noch zwei Schwerter. Eins, zwei. Perfekt. Die Sound sind bei mir laut genug. Vier Eisen. Ich nehm den Crafting Table gleich wieder mit hier. Ja, ist okay. Ich hab auch noch einen. Ja, sicher ist sicher. Wir müssen auf jeden Fall, äh, so schnell wie möglich, jetzt, äh, full Eisen werden. Dann können wir gegen Monster kämpfen, kriegen wir Knochen, dann können wir wieder. Ja, ja, wir brauchen aber eine Tierhacke für Obsidien. Ja, hier haben wir nochmal Eisen. Ich hatte dir eine Eisen, äh, Ficke zugeworfen. Eine Eisenpicke? Äh, eine Steinpicke. Mach erst ein Schwert, das ist das Wichtige. Ja, du hast ein Schwert und eine Picke. Ja. Nein, wo ist Terrorwolf geslamed? Okay, Narko ist raus. Oh, ehrenbrügel. Wo ist Roda genauso? Oh, Alter. So ehrenhaft von Alex. Psst. Raus, du dich das ab? Ja. Sag doch mal. Ich baue Gravel ab, damit ich ein bisschen den Weg versperren kann. Hinter uns. Ja, falls hier jemand runterkommt, seite. Sicher ist sicher. Oh, ich lau' das mal runter, jo. Okay, ich hör' Wasser. Ja, ja. Das ist sehr gut. Eben nicht, wir wollen keinen Monstern begegnen und dort zum Eisen finden. Vielleicht ist es nur so eine Wasserhöhle. Wo zwei Block hoch ist, äh, Freiraum ist, dann eben Block Wasser. Nee, nee. Das macht kein Sinn, das würde sich nicht. Dann würden wir kein Wasser hören, weil es läuft ja, das Wasser. Deswegen sind wir hier in so einer Höhle. Ich höre, dass es auf jeden Fall seite ist. Ich grabe mich mal ein bisschen zur Seite, weil hier gerade dörf ist. Und mich gleich stirbt. Hier, ist Wasser. Ja, ich höre auch. Die Nette. Was ist los, Ike? Nix, nix. Hier ist eine Höhle. Die können wir nicht weiter bauen. Da ist auch eine Höhle. Eik. Ja. Oh Gott. Ja, das Problem hatte ich auch gerade. Ich bin einfach so interessiert. Wir machen auf jeden Fall jetzt... Warte, lass mich mal durch. So, Wasserlauf ist gestoppt. Olaf. Du wirst mich zwar gerade verfluchen, ne? Aber ich bin hier runter. Ins Wasser. Mach wie du denkst. Ich bin gerade abgeschossen worden. Mann, jetzt wirst du. Nein, nein, ich habe mich eingebaut. Keine Sorge. Das macht es dann besser, oder was? Ja. Weil hier unten auch gleich Obsidian ist. Was bringt uns Obsidian? Crafting Table. Und das ist das Skelett. Ja, natürlich zum Verzaubern. Ja, aber es ist kein Crafting Table. Dafür brauchst du... Ach, äh, Verzauberungstable. Ich bin jetzt so gerade auf Höhe... ...11. 4er Höhe. Ich bin auf... ...gleich 11. Ich habe Redstone. Schön, nimm mit. Geht nicht mit einer Eisenpicke. Brauchst du... ...ääh... ...Steinpicke. Brauchst du Eisenpicke. Hast du jetzt eine Eisenpicke, oder hast du jetzt keine Eisenpicke? Nein, ich habe... ...Stein. Das habe ich im Inventar. Oh, ich dachte, du machst gleich einen Ofen. Oh, weißt du was? Hier könnte man sogar... Komm halt zurück. Du musst jetzt unbedingt zurückkommen, Alter. Ich habe Kohle. Du darfst eigentlich nicht weggehen. Das... Das Witzige ist... Ich... Erstens... Ich habe jetzt auch aufgehört zu sneaken, ne? Ich kann... Wenn ich mich jetzt... Wenn ich mich jetzt hier rausbaue... ...bin ich definitiv... ...ääh... ...Geschichte wegen dem Skelett. Warum gehst du dann da runter? Weil ich hier auf perfekter Höhe bin. Aber wir müssen zusammenbleiben. Ike. Ja, sind wir doch... Ich höre dich doch gerade. Wenn jetzt mich jemand... Wenn nicht jemand zu zweit... Ja, weil wir auf Discord sind. Nein, ich höre... Ich habe dich laufen gehört. Das war nicht ich. Weil ich laufe nicht. Und ich schaue auch gerade nicht ab. Dann ist es das Skelett. Weil Name-Text sehe ich nicht, wenn es... ...wenn die Laufgeräusche sind. So, Eisen gebrannt. Komm, baue dich einfach mal auf Höhe 11 runter jetzt. Ich bin auf Höhe 10, mein Freund. Dann hör mal auf zu sneaken. Vielleicht sehe ich dich. Ich sneak gerade auch nicht. Ja, das ist schwer hier zu erkennen. Jetzt komm endlich wieder dahin zurück. Bau dich hoch oder so. Im Stein. Du hast ja so Sachen. Denke ich. Ich habe gleich eine Eisenpicke. Ja, dann mach dir eine Eisenpicke und komm. Ja, immer mit der Ruhe. Ich brenne jetzt noch das andere Eisen durch. Wir werden uns gleich treffen. Keine Sorge. Ich mache die auch kleine Eisenpicke. Dann können wir sogar noch ein Eisenschwert machen. Dafür reicht es noch aus. Du hast gesagt, du brauchst Redstone für eine Falle. Ja, ich habe 28 Redstone. Schön. Und noch mehr. Dürfen wir eigentlich mit den F3-Koordinaten arbeiten? Ja. Okay. Dann kannst du mir gleich sagen, wo du bist. So, ich grabe mich jetzt zur Seite. Genau in die Richtung, wo wir eigentlich, wo du dich runtergebaut hattest. Wo du dann mehntest, da ist eine Höhle. Da gehst du nicht weiter. Ich kann dir auch meine Koordinaten sagen. Ja, sag mal bitte einen. Minus 151, 14, 208. Ich bin bei minus 190, 11, 217. Wir sind gar nicht so weit auseinander. Und ich habe Kohle. Wir sind auch Kohle. Ich bin sogar ganz schlecht fast. Und hier unten ist sogar Redstone. Und ich habe mir wieder davon mit Gold. Ich brauche mich zu Gold, endlich. Yep. Sneakst du eigentlich noch? Ja. Okay, also wir sind auf jeden Fall bei uns in der Nähe. Wenn wir jemanden abbauen hören, dann können es nur wir sein. Ich würde das nicht so sagen. So, Kohle eingesackt. Hier ist Gravel. Acht Minuten noch. Warte mal. Da bist du ja in die Richtung. Bei was 190, äh, 100, schieß mich tot. Die Richtung. Ich bin jetzt auf minus 170, 200. Hä? Schon wieder Redstone. Okay. Ich habe noch mehr Eisen. Das lasse ich erst. Was brauchen wir später für die Level? Ich versuche gerade zu dir in die Nähe zu kommen. Ja, ich bin jetzt bei minus 162, 172. Wo bist du? Bei minus 156. Ne, 160. Machen wir 160. Und 210. 210. Also in die Richtung. Von der Lavaquelle aus. Ich habe Lapis. Das heißt, ich müsste gleich, aber höher 11 oder wie? Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Ja, ich bin jetzt auf der Höhe. Weil das ist halt Diamantenhöhe. Das ist ein Creeper. Oh, das ist ein Creeper. Ich höre ein Skelett. Das ist ein Haufenweise in einem Monster. Okay, ich habe hier oben eine Höhle. Ich glaube, das ist die von dir. Ja. Komm mal her. Hast du schon Eisen, Picke? Ne. Komm mal her. Ging gleich an. Äh, hättest du auch... Komm mit, komm mit. Ich kann halt nicht mehr... Ich habe jetzt noch 2, 4, 5,5 Punga Keulen. Oh, fuck. Ich habe nochmal Eisen reingelegt. Mach dir ein paar Backeln. Gut, wir müssen noch weiter auf Eisen ziehen. Ja, ja. Wollen wir eher in Tunnel Graben oder wollen wir eher suchen gehen? Ich würde sagen, einer kriegt sich voll und beschützt dann den anderen. Äh, du hattest ja hier oben Gold, ne? Hier ist Gold. Ich bin wieder auf Höhe 11. Erste Mal. Das Redstone würde ich am besten erste Mal liegen lassen, weil... Ich habe Eisen. Ähm, das brauchen wir später für die Level. Was? Das, äh, Redstone. Okay. Wollen wir dann später verzaubern. Was darf jetzt? Ja, dann nimm mit. Da habe ich auch schon was im Inventar von. Aber das brauchen wir ja zum Verzaubern. Ich habe Dias. Da, wo ich meinen Ofen reinbauen will, Dias. Perfekt. Bau ab. Drei. Vier. Genau vier Dias. Bau dir ein Schwert damit. Egal was, aber bau ein Schwert. Ich wollte die erste Mal, äh, stehen lassen halt. Äh, im Inventar lassen, äh, wegen einer Picke. Nein, weiß. Ja, mach dir eine Picke. Mach dir eine Picke. Wie viele Diamante haben wir? Fünf? Vier. Scheiße, wir brauchen noch einen. Wenn wir eine Picke bauen... Oder soll ich sie erst mal im Inventar behalten? Nein, bau dir eine Picke und bau Obsidian ab. Wird das den anderen eigentlich auch angezeigt? Nein. Das ist gar kein anderes Projekt, außer hier. Wow. Aber es fällt auch besser so. Wo bist du denn hier hin? Boah, Gott, Alter. Hier unten. Ich komme schnell zu dir. Äh, ja, hast du schon Eisenschwert? Ne. Wir kriegen die erstmal voll. Ey, komm, wenn, dann kriegst du auch ein Eisenschwert hier. Nein, wir kriegen dich erstmal voll. Wir haben genug Eisen für uns beide. Aber erst mal mit einer voll Equip. Ja, okay. So. Was fehlt dir jetzt? Was fehlt dir jetzt? Äh, Hose, Helm, Brustplatte. Komm her. Konzentriere dich auf's abbauen. Okay. So, und dann schau ich so weit. Ja. Aber wir sind ja gut gesaved hier unten, also. Hast du bitte tausend Fackel in. Platzier die, wenn hier Monsters brauen, unten gespült da und dann... Ja, ich hab Fackel, ne. Aber ich hab keine Lust immer weiter zu switchen. Das ist egal, Eik, was du Lust hast, was du hier gewinnst. Wir werden nicht hoch. Gold. Ich will nicht, dass wir so viel Gold finden. Ja. Brau dich nicht zu weit. Ne, ne, ich mach gerade ein bisschen Strip-Mining nur in die Wand rein. Da hinten ist schon wieder Eisen. Komm her. Äh, ist eh gleich. Fünf, vier. Ich baue mich hier noch schnell ein. Fackel gesetzt. Ich nicht. Null. Okay. Tschüss.